So liebe Leute, jetzt müsst ihr ganz leise sein. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Bären und warum ich so leise spreche liegt einfach daran, der Bär soll uns ja schließlich nicht hören. Nein, Spaß beiseite, der würde es tatsächlich nicht hören. So, wir farben dem Bein noch ein bisschen Zeugs. Also eine Gründe, wie gesagt, wir müssen natürlich immer noch den Bären suchen. Das ist die nächste Aufgabe für unsere junge Dame. Ich gucke mal gerade auf unserer Karte, wie sie heißt. Ach, hier habe ich keinen Namen, jetzt wissert er sich was anderes suchen. Wo bin ich denn überhaupt? Hilfe? Last in Oros? Ne, hier bin ich. Na gut, egal. Oh, ich könnte mir halt tatsächlich nochmal, warte mal. Ja, bitte, große Raubtiere. Weil so kann ich nämlich auch Bären und so. Jetzt haben wir Tiger und Braunbären. Wunderbar, dann machen wir das nämlich so. So. Das Gute ist, jetzt kann ich selber Zahntiger zähmen. Den würde ich, hätte ich gerne noch einen. Ich habe keine Spuren, doch da habe ich wieder Spuren, okay. Oh ja, ich weiß, was ich irgendwann in so einem Hersteller hätte, aber... Ich kriege die Dinger aber nicht durchsucht, oder? Fische, ah gut, der hat sich die Fischereusen geholt. Um, äh, Nahrung zu kriegen, klar. Ich traue mir auch wieder so eine Fischereuse, ne? Ah, okay, wir können nicht weiter. Okay. 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 Die Frage ist, sind wir überhaupt richtig? Ja, scheinbar. Wieder Schilffarmen. Aber ich vermute, dass die Beste nicht schade genug sein wird für den Bären. Okay, da ist zumindest, äh, das Suchgebiet. Das heißt, wir sind also ganz frei, ganz klar dran. Entschuldigung. Die Steinstaub, nehmen wir mit. Okay, das können wir nicht looten. Beispielsweise farmen. Sondern wir müssen jetzt die Starkkieferhöhle. Haben wir eine neue Fähigkeit. So, die nehmen wir auch mit auf jeden Fall, weil wir haben eine neue Fähigkeit, die wir lernen können. Springen wir auf Gegner unter dir, um sie zu töten. Das ist immer gut. Ich werde das Schiff in den Bären, das ist jetzt klar. Ich vermute, dass der in der Höhle sitzen wird. Das wäre, äh, meiner Meinung nach, keine Überraschung, wenn das so wirklich wäre. Ich glaube, das war unsere Beste gerade. Ich hoffe, dass die jetzt gleich mitkommen, weil ich habe keine Lust, dem allein jetzt gegenüber zu treten. Also in Bären habe ich auch schon eine Kürzerin gezogen. Definitiv. Tierfett mitnehmen, das brauchen wir auf jeden Fall für, äh, um die, äh, Waffen anzuzünden. Die Fähigkeit und so. Okay, dann fahre ich das vor mit Feuerstein, die brauchen wir leider nicht. Ich soll ja trotzdem weitersammeln, wurde mir gesagt. So. Okay, wir müssen den Bären tatsächlich finden. Also er ist ja tatsächlich draußen und unterwegs, vermute ich. Wir haben die Höhle natürlich noch nicht gefunden. Und das war so ein Vorgebiet. Äh, Bärchen. Nein, ich greif auch nicht an. Ja, ist gut. Ganz ruhig. Brauchen wir jetzt hemmt. Oh. Ja, blöd, dass mein Digi-Path natürlich jetzt getötet wurde. Aber wie gesagt, wir haben ja nicht nur Brautbären. Sorry, Bestie, ehemalige Bestie. Wir haben uns das Viech geholt. Liebes Bärchen. Probis Bärchen. Gut. Angst war auch tatsächlich unbegründet. Und wer ist tatsächlich nicht so ohne? Ja, immer hat es deinem Dorf angeschlossen. Die Graue Jägerin, neue Trophäe. Und wir haben ein Bärchen geholt. Auf der Jagd. Wunderbar. Und das gibt 500 Erfahrungsmodus. So, wir haben tatsächlich jetzt die nächste Dings geholt. Wir haben uns natürlich das... So, jetzt müssen wir eigentlich... Warte mal, können wir eigentlich noch was im Dorf machen? So, wir nehmen die mit. Trage drei Köder. Okay, wir müssen Federn noch sammeln. Das ist ein neues Speer-Upgrade. Stachelbombe. Auf jeden Fall. Wir müssen nämlich weiter upgraden. Das haben wir jetzt auch gerade getan. Wei, wei, wei. Nice one. Gut. Haben wir noch irgendwas? Ah, wir könnten jetzt Tenseis Hütte holen. Das heißt, wir reisen mal kurz zu unserem Dorf zurück. Haben wir doch irgendwas, was jetzt gerade so ein bisschen unwichtig ist. Was sehr wichtig ist. Ansonsten müssen wir als nächstes Tensei der Schamane machen. Aber wir reisen noch mal zurück zum Dorf. Schnell reisen. Wir müssen eh... Wir müssen ja eh noch ein bisschen mal zurück. So. Wunderbar. Dann haben wir das mit dem Bär erledigt. Wow, wir sind gut. Wir sind echt langsam. So, warte mal. Wir können... Ich will gar nicht wieder reden. Ich will eigentlich tatsächlich die Hütte ein bisschen updaten. Wo war das hin? Oh, stimmt nicht. Alle ohne den Weg. Fehle Zutat, was haben wir uns? Auch es fehlt die Mammut. Nee, sei das okay. Das war die falsche Hütte. Alles gut. Ich dachte, nein. Ja, Mai. Was haben wir hier? Die Hütte, ne? Unsere Hütte. Dafür sind noch zwei Dachsfälle. Super per Blatt, okay. Äh, nee. Fleisch. Ja. Ich wollte gerade sagen. Mama Paddy. Genau, hier oben ist die Hütte. Die würde ich eigentlich gerne updaten müssen. Das würde ich gerne mal updaten. Karrouche. Da fehlt noch das Wolfsfälle. Wir brauchen also noch zwei Wölfe. Dann kann man Karrouche mit der oben machen. Die will ich reden. Du willst mit mir reden. Ich muss aber eigentlich mal ein bisschen was. Ich wollte eigentlich noch was gucken. Was ist denn die scheiß Hütte? Moment. Hä? Kriegst du nicht hin? Kriegst du nicht geupdate? Warte mal. Die haben doch eigentlich... Haben wir nicht... ...dorft. Moment. Ja, jetzt sind die scheiß Hütte. Die brauchen wir mal. Und Farbkir 2. Was ist denn die scheiß Hütte von dem? Ist das blöd oder was? Schiff mitnehmen. Schiff mitnehmen. Ja, ich will aber trotzdem was anderes machen. Ich weiß nicht, wenn ich hier irgendwo... Irgendwo muss doch die... ...neben. Fleisch für Köder habe ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist die... ...Dings. Oder ist die Hütte gar nicht hier, sondern ein bisschen weiter außerhalb. Was ist denn da so eine Mission da oben? Kabusch. Errichte Kabusch's Hütte. Ja gut, da fehlt immer noch die... ...die Wölfe. Wir brauchen zwei Wölfe. Seilershütte, Hermann Jägerin, Takas Hülle, Deindorf. Wie war der... ...die ist der Typ, den wir jetzt doch absetzen müssen? Tenzai. Ist der komplett aus... ...ist der echt so weit weg oder was? Na super. Aber ich kann... ...und ich sind da das Hütte. Takas Hülle, Seilershütte, Jaima. Burga, da geht denn das Hütte. Da will ich hin. Die will ich eigentlich hier auch hin. Oder mal hin. Die wollte ich mir updaten. Und das war der Plan an der Sache. Die ist da oben. Sorry, Leute, ich bin ein bisschen... ...manchmal... ...neben der Spur. Diese Hütte ist das hier, ne? Die wollte ich auf zwei updaten. Das war der Plan eigentlich an der Sache. Die müssen jetzt sogar komplett voll ausgebaut sein. Die haben wir ja auf Update 2 von 2. So, die nehmen wir akzeptieren wir auf jeden Fall. Da haben wir 3.000 Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Und wir haben zwei neue Fähigkeiten. Beziehungsweise zwei... Was haben wir hier noch? Okay, das ist klar. Ich glaube, das ist so. Wir nehmen noch ein Gesundheitsbalken mehr. Das heißt, wir sind jetzt auf 4. Was sogar gut ist. So, und was haben wir jetzt hier für Alben? Ach, das ist Kavush, ne? Ne, Burga heißt es. Redement Burga. Seilershütte. Die Heimatjägerin. Redement Jaimer. Weil der auch was für uns hat. Unser Freund hier. Unser Dorf ist schon ein bisschen gewachsen. So. Dann würde ich sagen, wollen wir trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal und dann machen wir weiter. Wahrscheinlich sogar mit dem hier. Tschüss. Nein, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.